Herzlich Willkommen in Mannheim im Stadtteil Jungbusch. Hier entstand das Musikprojekt Summer of Loop. Das Projekt wurde von Nina Allaritsch und Noemi Donner initiiert. Beide unterstützen hauptamtlich Werkrealschüler und Schülerinnen in Mannheim. Von Mai bis August 2013 trafen sich die zwei mit Jugendlichen ihrer beiden Werkrealschulen. Ziel war es, bis zu den Sommerferien einen professionellen Song und ein Musikvideo zu produzieren. Beatboxen und Rappen wurden zusammen eingeübt. Melodien ausprobieren, verschiedene Instrumente benutzen, Diskussionen, erste Textentwürfe, Ideen und die Auseinandersetzung mit ihrer Stadt waren für alle Herausforderungen und Spaß. Loop bedeutet Schleife. Die einzelnen Musikelemente werden aufgenommen und in einer Schleife dauernd wieder abgespielt. Verschiedene Parts können übereinandergelegt werden, um sie dann mit Hilfe des Loops gleichzeitig abzuspielen. Die Arbeit mit dem Looper will gelernt sein. Am 26. Juni stellten die Jugendlichen ihr Projekt bei der Mannheimer Wanderakademie vor. Bei schönem Wetter arbeiteten die Gruppen auch draußen. Sie befragten Passanten zum Thema Heimat und Identität und hielten ihre Ergebnisse auf Plakaten fest. Ende Juli fand dann die Projektwoche statt. In den Räumen des Vereins Kulturbrücken e.V. wurde es langsam ernst. Von Montag bis Freitag stand viel auf dem Programm. Text und Beats üben, ab in die Popakademie, um den Song im Studio aufzunehmen, Präsentationen von Storyboard und aussuchen der Drehorte für das Musikvideo und Clip drehen. Am Samstag sammelten sich die Zuschauer im Stadtteil Jungbusch, um den Auftritt der Gruppe Loop-Trackers mit ihrem Song zu verfolgen. In der nahegelegenen Kneipe wurde dann zum ersten Mal das Musikvideo unter großem Applaus gezeigt. Als die Premiere überstanden war, gab es überall glückliche Gesichter, stolze Jugendliche und Eltern und Erinnerungsfotos und Shirts. Ein tolles Projekt ging erfolgreich zu Ende. Ein tolles Projekt Gemeinde mit Zukunft, Karl-Gritann, international zusammen sind wir schon. Wer wir sind, was wir machen, wir sind Kids von den Straßen. Welche Fahne wir auch tragen, ist hier gerade nicht die Frage. Gehen zusammen diesen Weg, jeder hat hier was zu sagen. Jede Mentalität unabhängig von der Hautfarbe. Und unsere Aufgabe ist alles zu vereinen. Religion, Tradition, die Nation, wir sind eins. Wir sagen nein zu dem Rassismus, respektieren unsere Herkunft. Harmonie ist die Zukunft, der Zusammenhalt, der Schwerpunkt. Multikulti Deutschland, wir bewahren unsere Freundschaft. Wir schenken meinem Bruder Kraft, bin sicher, das ist mein Freundschaft. Jeder ist anders wie Buse, Bonbons in der Tüte. Wir reichen uns die Hand, also teilt ihr, was wir fühlen. Das ist Mannheim, das ist unsere DıştINO. Hep beraber ade başlayalım, ileriye bakıp ama geri bakmayalım. Das ist Mannheim, schab wir hart in der Su nerd. Ichல möchte mit Zukunft, Karl-Gritann, international zusammen are tutti SAP. Mannheim, das ist unsere Dıştーン. Hep beraber ade başlayalım, ileriye bakıp ama geri bakmayalım. Das ist Mannheim, schab wir hart in der Su nerd. Ich hect oppress unsere mit Salz und FIFA. Warum wir hier sind? Deutschland unser Ziel, das Verlangen nach Freiheit, nach Arbeit und kein Leid Beeint wie Brüder und Schwestern, Respekt vor den Eltern, so wollen wir unsere Welt machen Rappen über Heimat, über Identität, ja gut zu passen, doch ist Zeit, wie wird es gehen Uns sind der Deutsche, wir kommen klar, ganz egal was passiert, wir bleiben stark Manche Menschen machen Scheiß ohne Grund, wir sagen nein, es muss Rassismus, wir halten uns zu rum Wir halten zusammen, wir können keine Widerstand, keine Furcht, keine Angst, alle Hand in Hand Das ist Mannheim, das ist unsere Deşlandende Hep beraber Adimarsch ileriye bakıp, ama geri batmıyalım answered Mannheim, das ist Mannheim Mannheim, das ist unsere Deşlandende Rheinau, Schönau, Lundbruch, Zandtunfen, Pfingstberg, Neckarstadt, Kepatat, Heutenheim Das ist Mannheim, Mannheim, Mannheim Das ist Mannheim, Mannheim, Mannheim Das ist Mannheim, Mannheim